Ein weiterer Tag, falls mir Tipps, März 2021. Ich bin hier immer noch am Klingnauer Stausee und hier hinter mir auf der linken Seite seht ihr das BirdLife Naturzentrum. Das Naturzentrum ist in der Regel offen, Mittwoch bis Freitag vom 1 bis 6 Uhr und Samstag, Sonntag am Morgen, am 9 Uhr bis abends, am 6 Uhr. Das wurde ganz neu gebaut, mit ganz vielen Sponsoren. Es gibt dort Ausstellungen, es gibt einen Erlebnispfad rundherum und drinnen und es gibt auch Getränke und Snakes. Jetzt, in der momentanen Zeit, könnt ihr hier etwas posten, um mitzunehmen. Ja, gehen wir mal hier hin. Ihr könnt auf dem Stausee dort vorne zwischen Lückern und Klingnau parkieren und sind in wenigen Schritten hier an diesem Zentrum. Ich wünsche euch noch viel Vergnügen bei den vielen Vögel, die hier herumfliegen und herumschwimmen. Euer Kalusottiger.